Moin und willkommen bei den Körbels. Heute geht's Richtung Duna. Wir erfahren die Duna-Strategie, bei der wir drei Probes in verschiedenen Biomen auf Duna landen müssen und ich hab da mal was vorbereitet. Das ist ein Probe-Core, den wir auf Duna landen werden. Den werde ich auf eine Rakete schmeißen und das in sechsfacher Ausführung und dann hoffe ich, dass wir unserer Mission gerecht werden. Wie ihr seht ist alles dabei. Wir haben Antennen dabei, Solarpaneele, wir haben natürlich ein Probe-Core dabei. Für genug Drehung ist durch das Reaction Wheel auch gesorgt und ich habe sogar ein paar Experimente noch untergebracht. Ja, der ist ziemlich lang geworden und er wird sehr kippelig sein. Ich hoffe, ich kriege die Viecher auf Duna halbwegs gut gelandet. Ich habe noch zwei Fallschirme dran gemacht, weil wir ein bisschen Atmosphäre auf Duna haben. Aber sollten die umkippen, ehrlich gesagt, macht das gar nichts, weil Hauptsache wir erfüllen die Strategie. Das wäre schon mal toll. Noch toller wäre es natürlich, wenn sie stehen bleiben und wir noch ein paar Experimente nach oben funken können. Das Ganze sieht dann so aus. So geht das Ganze in die Luft. Hier oben hängen die Probes dran und wenn wir die Separatoren hier anschmeißen, dann wird einer nach dem anderen abgeworfen. Ja, das ist es eigentlich. Zu der Rakete ist ansonsten nichts Auffälliges weiter zu sagen. Dieses ganze Tankgedöns sorgt nur dafür, dass das Ganze so in die Luft kommt, dass wir auch bei Duna ankommen. Und ich würde vorschlagen, wir treffen uns jetzt auf dem Startplatz. Drei, zwei, eins. Wir starten und bis jetzt sieht alles gut aus. Ich bin ganz froh, dass ich so ein schönes Ferrying um die Teile geworfen habe. Denn ansonsten glaube ich nicht, dass wir so elegant in die Lüfte gehen würden und sich die Rakete so gut steuern lassen würde, wie es jetzt der Fall ist. Jetzt gucken wir uns das Ganze nochmal aus der Nähe an und kriegen langsam den Knick hin, machen die Biegel sozusagen Richtung Weltall. Ich denke mal, der Treibstoff, der wird gut ausreichen. Wir werden also eine entspannte, gemütliche Fahrt haben Richtung Duna und werden uns heute also den meiner Meinung nach fast schönsten Planeten des Körbel-Universums angucken. Und ich bin mal gespannt, wie ihr den findet, falls ihr ihn noch nicht gesehen habt. Also ich finde, der sieht wirklich extrem hübsch aus. Also tolle Farbe und durch die Mods, die ich drauf habe, sieht der nochmal um einiges besser aus, finde ich. So, wir sind kurz vorm Ende dieser Stufe und staging gleich. Und go. Das hat super geklappt. Alles ist im grünen Bereich und ich würde mal sagen, wir können uns jetzt in die Waagerechte begeben, winken nochmal den unten gebliebenen Körbels zu und schauen, dass wir jetzt den Orbit umkörbelnd voll machen. So, das Fähring ist weg. Und das sieht schon ganz geil aus, so mit den, mit den kleinen Landeteilen da vorne dran. Das hat irgendwie schon was. Aber ob die nur so gut funktionieren, ich wage es ja zu bezweifeln. Also die sind relativ länglich geworden, hatte ich ja schon gesagt. Und ich hätte sie lieber in die Breite gebaut, damit sie einen besseren Stand haben. Aber das passte dann alles nicht so wirklich. Das ließ sich natürlich nicht so platzsparend oben unterbringen am Kopf der Rakete. Und deswegen habe ich mich für diese Version entschieden. So, wir klappen mal wieder alles aus, was wir haben. Natürlich habe ich mal wieder vergessen, die automatische Aufklappfunktion zu benutzen beim Zusammenbau der Rakete. Aber das kennt ihr ja schon. Das ist was, was ich wahrscheinlich auch bei Folge 101 immer noch vergessen werde. Das macht uns aber gar nichts. Das stört ja keinen. Das kann man ja alles ganz in Ruhe machen. So, wir cruisen jetzt mal Richtung Apoapsis und geben noch ein bisschen Schub, bis der Orbit voll ist. Wir sehen also zu, dass wir erstmal eine Sonnenumlaufbahn erreichen und von dort geht es dann Richtung Luna. Das ist eine einfache Geschichte. Das ist eigentlich immer so mein Weg, um zu anderen Planeten zu kommen. Man kann das Ganze auch etwas eleganter lösen in einem Rutsch und so. Aber da muss man mehr rumzirkeln. Ich habe immer lieber mehr Treibstoff dabei und spare mir dann die ganzen Spiränzchen. Solange sich das so bauen lässt, ist mir das ganz recht. Allerdings geht das natürlich auch nur bis zum gewissen Grad. Also man muss sich schon später ein bisschen anstrengen bei Geschichten, wie wir landen mal eben auf Eve und starten von dort aus wieder und kommen dann noch heil nach Hause. Da muss man dann schon effizient fliegen, um das Ganze hinzukriegen, geschweige denn, man muss da erstmal eine gehörige Portion Bastelarbeit investieren, um das gut zu machen. Allerdings ist so ein Flug nach Duna nun wirklich nichts Aufregendes und deswegen klemme ich mir mal hier die Effizienz wie so oft und fliege da einfach auf dem gemütlichsten, auf dem für mich gemütlichsten Weg hin. Und das ist eben dieser. Ich bastle jetzt mal das Manöver für die Sonnenumlaufbahn und dann geben wir an der entsprechenden Stelle Schub. Ja. Und dann sehen wir zu, dass wir in der Sonnenumlaufbahn landen und Richtung Duna abbiegen. Und wenn ihr ganz genau hinguckt, dann seht ihr an dem grünen, ja wie soll ich sagen, Halbkreis, an dem grünen Manöverhalbkreis unten beim Nuffball, einen weißen Strich in dem grünen. Und das ist der Strich, an dem wir stageln müssen. Wir cruisen jetzt erstmal an die passende Stelle. Und starten dann das Manöver. Nehmen nochmal Schub auf und an der weiß gestrichelten Linie, da stageln wir. So, einmal in die richtige Richtung und dann geht's ab. Da hinten haben wir noch einen kleinen Kompagnon, der uns zuguckt, wie wir das Manöver hier sauber fliegen. Und dann ist es ein bisschen schade, dass es schon wieder so dunkel ist auf dieser Seite. Irgendwie verpenne ich immer drauf zu warten, dass wir an der richtigen Seite von Körben sind. Aber okay, was ihr eben noch gesehen habt, ist ganz da hinten, Duna, da wollen wir hin, geben jetzt Schub und werden da hoffentlich etwas später landen. Und jetzt wird gestaged. Das hat geklappt. Ja, super. Okay, das war eigentlich auch nicht anders erwartet. Das ist jetzt auch kein Hexenwerk, was ich da zusammengebaut habe. Das ist einfach nur mal eine ganz simple Rakete, um uns Richtung Duna zu befördern. Okay, wir fliegen das Manöver jetzt zu Ende und dann werde ich schon mal gucken, dass wir so einen kleinen Flyby an Duna einleiten können. Ja, und wenn wir da sind, dann fliegen wir erstmal unsere Kreise, sammeln noch ein paar wissenschaftliche Daten ein und machen das eigentlich im Prinzip so, wie ihr das schon kennt. Und wir sammeln wissenschaftliche Daten, gucken uns ein bisschen Duna von oben an und wahrscheinlich nicht in dieser Folge, aber dann in der nächsten werden wir versuchen, mit unserem Probe-Kurs auf Duna zu landen. Wenn möglich, halte ich sie natürlich stabil, sodass sie ordentlich landen und wir noch ein paar Experimente nach Hause funken können. Und sollte das nicht gehen, wäre es einfach nur schön, wenn sie nicht kaputt gehen, denn auch dann ist unsere Aufgabe, unsere Strategie, lande drei Probes auf verschiedenen Biomen von Duna erledigt. Und das ist das Ziel. Also stehen müssen sie nicht, aber sie müssen relativ unbeschädigt landen. Also jedenfalls sollten sie nicht explodieren, das wäre schon mal gut. Und ja, bis wir soweit sind, haben wir aber noch ein Stück Arbeit vor uns. Wir drehen uns nochmal in die richtige Richtung. So. Okay. Man sieht jetzt auch schön die Funkverbindung, die wir zu den verschiedenen... Planeten und Monden haben. Und das ist natürlich ganz beruhigend, wenn man so eine Probe pflegt, zu wissen, dass man noch Funk hat. Das ist eine sehr angenehme Sache. Ansonsten sind wir nicht mehr steuerbar und fliegen einfach mal so herrenlos, beziehungsweise steuerlos im All herum. Und wer will da schon? So, ich mache schon mal die ersten Experimente, die wir hier machen können. Das ist in Ordnung. Und wir machen jetzt das Manöver, was uns ein Flyby bei Duna beschert. So, dann müssen wir jetzt mal ein bisschen gucken, dass sich die beiden hinten links, seht ihr, dass sich die beiden Nupsis da treffen, diese hellblauen, die ich jetzt fast übereinander habe. Da fehlt nur noch ein ganz bisschen. Hinten links auf dem gelben, so ist es fein, auf dem gelben Kreis, hätte ich fast gesagt, das ist die Umlaufbahn von Duna. Und genau an der Stelle, die ihr eben gesehen habt, werden wir mit Duna zusammentreffen. Das heißt, ich hoffe nicht, dass wir zusammentreffen, sondern an der Stelle werden wir dann einen Flyby bei Duna haben. Und was ich jetzt mache, ist auch quasi einmal wie immer, ich ziehe nochmal das Manöver so ein bisschen gerade, sprich, ich sehe zu, dass wir noch ein bisschen näher an Duna vorbeifliegen, damit wir von da aus dann auch gleich den Orbit machen können. So sieht der Flyby dann aus. Wir warpen da jetzt hin und jetzt wird es auch ein bisschen heller, jetzt können wir uns nochmal unsere Rakete angucken. Also die sechs Probes, die da vorne dran pinnen, die finde ich phänomenal. Die verleihen dieser Rakete ein ganz besonderes Prädikat, nämlich das Prädikat sieht komisch aus, muss aber so. Und ja, was soll man sagen, hat auch nicht jeder. Ich finde es irgendwie geil. Okay, dann fliegen wir dieses Kunstwerk da mal hin. Und machen auf dem Weg alle Experimente, die wir machen können. Das sind jetzt erstmal eine ganze Menge. Ich werde dann zum Schluss wie immer das Orbital Teleskop stehen lassen, weil wir das im Orbit um Duna natürlich öfter brauchen. Aber jetzt machen wir erstmal alles, was wir so dabei haben. Ich habe natürlich zugesehen, dass wir möglichst alle Experimente durchführen können. Und die haben wir jetzt auch schon fast durch. So, da haben wir schon eine ganze Menge eingesackt. Die Sachen sind jetzt erledigt. Ich würde mal sagen, wir können gleich mal ins Weltraumzentrum und gucken, ob wir denn jetzt die Aufgabe haben, den Orbit um Duna zu machen. Und da sind wir auch schon. Und hier ist auch schon die Aufgabe. Orbit Duna, mehr wollte ich nicht. Und wir sacken die ein. Was ich da unten noch sehe, ist Start Exploring Ike. Das ist der Mond, der um Duna kreist. Die nehmen wir auch noch mit. Die möchte ich gerne dabei haben. Vielleicht, das heißt ganz bestimmt sogar, werden wir genug Sprit im Tank haben, dass wir mit dieser Rakete auch noch ein Orbit um Ike machen können. Das wäre natürlich gut. Und vielleicht können wir sogar noch auf Ike landen, wenn wir noch eine Probe übrig haben. Das sehen wir dann später. So, okay. Dann haben wir jetzt die Orbit-Aufgabe. Das bedeutet, wir können jetzt das Orbit-Manöver basteln und dann fliegen. Und ich setze dann erstmal an dem Punkt ein Manöver. Und ja, würde ich sagen, wir können das eigentlich von der Entfernung so lassen. Sprich, wir machen einen möglichst gleichmäßigen Orbit von dieser Stelle aus um Duna rum. Und dann ist das schon in Ordnung. Also die Optik von Duna, die finde ich absolut gut gelungen. Das sieht irgendwie alles so, ich weiß nicht, ich finde die Farbe wunderschön. Das werdet ihr gleich auch nochmal jetzt zum Beispiel bewundern können, wenn wir näher dran sind, wollte ich sagen. Die Farbe finde ich toll. Ich finde, der sieht unglaublich samtig aus. Und mit dem Mod, den ich da noch drauf habe, sieht der nochmal um Längen besser aus als im Original. Und ja, also eigentlich so vom Outfit her ist Duna mein absoluter Lieblingsplanet. Das muss ich schon mal so sagen. So, okay, wir können jetzt unser Orbital Telescope hier anpinnen. Und dann würde ich mal sagen, können wir ganz fröhlich warten, bis wir an der richtigen Stelle zum Manöverfliegen sind. Vorher können wir bestimmt auch schon mal ein paar Experimente Orbital Telescope mäßig einsacken, so wie jetzt. Geben jetzt Schub und lassen das runterlaufen. Oh, und er hat schon wieder, es backt schon wieder. Wenn bei euch diese Mod X-Science nicht richtig funktioniert auf Anhieb, dann macht das nichts. Einfach einmal schließen, wieder aufmachen und jetzt seht ihr auch, dass wir nicht ansatzweise so viele Experimente schon gemacht haben. Logischerweise, wie es am Anfang aussah. Er verschluckt sich gerne mal am Anfang und entweder steht da gar nichts oder steht da alles oder weiß der Geier was. Einfach zuklappen und wieder öffnen und dann funktioniert das aber reibungslos. Das ist eine Mod, die ich wirklich richtig gerne habe, ohne die ich auf keinen Fall spielen möchte, wie eigentlich alles, was ich da im Moment drauf habe. Im Übrigen, ja, die ist halt sehr praktisch, ne? Im Übrigen sind wir schon über die Version 1.9.1 hinaus. Es gab wieder ein Update. Das habe ich allerdings nicht mitgemacht, weil die ganzen Mods dann nicht mehr funktionieren. Generell möchte ich mir angewöhnen, so lange zu warten mit dem Updaten von Kerbal Space Program, bis die Mods hinterhergezogen haben. Weil, ja, weiß ich nicht, so die Kerbals ganz ohne Mods zu spielen, das ist schon ein anderes Spielgefühl. Und ich habe es einfach gerne so, wie ich es jetzt eingestellt habe, das ist für mich absolut perfekt. Und deswegen verzichte ich erstmal auf die jeweiligen Updates und übe mich in Geduld. Das kann mir sowieso nicht schaden. Das habe ich ja auch schon bei anderen Let's Plays gesagt. Ich bin ja als Lynn die Ungeduldige bekannt. Und deswegen kann ich da auch mal ein bisschen warten. So, wir ziehen jetzt den Orbit noch ein kleines Stückchen näher ran, warten bis er kippt und halten an. Und ich denke, das soll es gewesen sein. Da müssen wir nicht mehr machen. Wir bleiben so. Machen jetzt noch ein paar Experimente auf die Schnelle. Und hier sieht man jetzt auch schön, wie wir über diesem wunderschönen Planet dahin fliegen. Und ehrlich gesagt, wie gesagt, ich finde den ja optisch wirklich genial gemacht. Wie gesagt, für mich mit einer der schönsten Planeten überhaupt im Kerbel-Universum. Und ja, was wir jetzt machen, das ist ganz simpel. Wir sacken alles ein, was das Orbital Teleskop hergibt. So, natürlich cruisen wir jetzt mal wieder in der Dunkelheit herum. Ich weiß auch nicht, warum das immer so ist. Jetzt wird es wieder hell. Wahrscheinlich ist es einfach nur hell, wenn wir nichts einsammeln müssen. Denn wenn es mal länger dauert, ist es garantiert bei mir mitten in der Dunkelheit. Und ja, die Lichtmomente bei mir, die sind also sozusagen leider selten. Oh Mann, ich rede mich hier echt um Kopf und Kragen. Okay, links oben seht ihr, was wir in der Zwischenzeit schon alles angestellt haben. Das liegt an den teilweise doch längeren Flugzeiten. Ich versuche immer, die Unterbrechungen rauszuschneiden, wenn wir denn mal Science-Punkte vom Moon zum Beispiel, wie jetzt links oben zu sehen, wegfunken müssen, weil das Raumschiff voll ist. Das hält eigentlich immer so ein bisschen auf durch diesen Bildschirmwechsel, der dann kommt. Manchmal stockt es ein bisschen, manchmal leckt es ein bisschen. Und das ist für eine Aufnahme so ein bisschen blöd. Deswegen habe ich mir gedacht, auf dem Flug zu Duna wollen wir uns da gar nicht so ewig hin und her bewegen, bildschirmmäßig. Das heißt, einmal zum Moon und dann ewig auf Ladebildschirme warten. Das sollte zumindest jetzt einigermaßen flüssig gehen. Und deswegen habe ich es links oben reingeschnitten, was alles noch so passiert ist. Körbin, Bob und Co. sind wieder da. Ihr seht es links oben. Das heißt, ich habe die Crew wieder nach Hause geflogen, da wo sie hingehört. Die waren sehr, sehr froh, dass sie endlich wieder bei ihren Lieben an Land sind sozusagen. Und ja, da gab es ein großes Hallo. Die haben alles mitgebracht, was sie mitbringen sollten. Das war ein sehr erfolgreicher Flug. Und ja, was wir noch gemacht haben, das ist den Asteroidenauftrag zu erledigen. Wir hatten ja den Auftrag, mehrere Asteroiden zu zählen. Und das ist uns gelungen. Wir sollten das in einer bestimmten Richtung tun, beziehungsweise in einer bestimmten Region. Das haben wir gemacht. Das hat uns auch nochmal ordentlich Punkte und ordentlich Knete gebracht. Das war auch eine super Sache. Das heißt, wir haben eigentlich im Moment alle offenen Sachen erledigt, die wir noch so zu tun hatten. Und können uns jetzt ganz auf die Aufgabe hier auf Duna konzentrieren. So, und wie ihr seht, wir haben nicht mehr viel übrig. Das ist nur noch ein Experiment, was uns jetzt hier auf Duna fehlt. Und das wird wahrscheinlich wie immer ein wenig auf sich warten lassen. Das ist ja immer relativ spannend gemacht. So andauernd kommt irgendwas und fiept und macht und tut. Und wenn das letzte kommen soll, dann fliegt man hier Stunden rum. Nichts passiert. Aber jetzt habe ich ein gutes Gefühl. Oder auch nicht. Ach, es ist auch schön, wenn es einfach ist, wie immer. Also ehrlich gesagt, ich muss ja zugeben, ich labere mich im Moment an dem Outfit meiner wundersamen Rakete mit diesen sechs Probes da vorne. Ich finde das irgendwie phänomenal. Ich weiß gar nicht, wie ich beschreiben soll, wie ich finde, wie das aussieht. Wie ein Riesenkraken mit zu kurzen Beinen oder, keine Ahnung, wenn euch dazu was einfällt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich finde dieses Gebilde äußerst fantasieanregend. Aber nichtsdestotrotz wird es auch seinen Zweck erfüllen. Das hoffe ich jedenfalls. Ich hoffe, das funktioniert wahrscheinlich in der nächsten Folge dann mit dem Abkoppeln der Probes. Die werde ich einzeln abkoppeln von dieser Rakete und werde sie dann versuchen, in verschiedene Biome zu steuern. Und das könnte nochmal ein bisschen tricky werden. Wir werden auf Duna auch Fallschirme benutzen und trotzdem aber ein bisschen Gegenschub geben, weil Fallschirme nicht wirklich unbedingt, kommt drauf an, nicht unbedingt ausreichen. Jedenfalls so, wie ich das gebaut habe. Wir werden mal gucken, wie das läuft. Und ich hoffe, wir kommen dann heil an. Das gibt es aber noch nicht in dieser Folge. Wir haben jetzt erstmal die Experimente rund um Duna erledigt und gucken nochmal, was wir hier an Aufgaben uns unter den Nagel reißen können. Und wir werden dann gleich nochmal die Wissenschafts- und Forschungspunkte ausgeben, die wir jetzt eingesammelt haben. Das ist ja eine ganze Menge. Das lässt sich ja sehen. Wir haben auch eine Menge Knete. Das seht ihr oben. Über 6 Millionen und über 4000 Wissenschaftspunkte. Damit kann man schon eine Menge machen. Ich möchte hier allerdings nochmal was upgraden. Viele Sachen sind schon komplett abgegradet. Aber hier muss ich nochmal ran. Die Fahrzeugfabrik, die sollte nochmal abgegradet werden. Und ich glaube, den Rest, den spare ich mir. Ich werde erstmal gucken, wie viel Knete ich ausgebe, wenn wir uns neue Sachen im Forschungszentrum kaufen. Ja, ich glaube, das ist der Plan. Geld ausgeben können wir später immer noch. Die Sachen sind nicht allzu wichtig. Ich meine, haben oder nicht haben, ja, das wäre schon nicht schlecht. Aber muss jetzt auch nicht unbedingt sein. Wir kommen mit neuen Sachen besser weiter. Diese neue Strategie, die ich gerade angeklickt habe, die möchte ich allerdings mir noch holen. To Boldly Go 3. Die gibt uns nochmal mehr Punkte. Wir haben im Moment die Version 2 drin. Und ja, ich denke, das ist eine gute Sache. Die nehmen wir mal mit. Das kostet natürlich auch nochmal, wie ihr seht, eine Menge Knete. Aber wir bekommen dann nochmal mehr Punkte. Ja, Punkte, was sage ich? Punkte. Also es lohnt sich, so auch geldtechnisch, diese Strategie noch mit einzupacken. Okay, das soll es gewesen sein. Wir gehen jetzt bei Research & Development Shop hin. Und da haben wir ja jetzt noch eine ganze Menge zur Auswahl. Wir kommen allerdings nicht überall ran und die Punkte werden schneller weg sein, als mir lieb ist. Ich glaube, hier mache ich mal einen großen Einkauf. Denn Tanks kann man nie genug haben. Das musste jetzt sein. Und jetzt überlege ich, ich glaube, ich werde alles kaufen, was hier drin ist. So, wir haben es ja. Damit ist, wie ihr links oben seht, beziehungsweise oben in der Mitte, ja, schon ein Großteil des Geldes weg. Das heißt, so einen Komplettkauf werde ich mir nicht oft leisten können. Und ich werde jetzt mal so ein paar einzelne Sachen hier mitnehmen. Worauf ich natürlich stehe, das sind Fairings, das sind Dockingports, verschiedene Variationen und natürlich Entkoppler, sowas alles, was ein bisschen flexibler macht im Raketenbau. Das finde ich ganz wichtig. Also, wenn ich mir das hier so durchgucke, da sind schon einige Sachen, die ich gerne einsacken würde. Fangen wir mal an. Ich glaube, ja, ich sack das jetzt erst mal ein. Ich meine, die Preise sind echt gesalzen. 11.200 für das Teil hier. Komm, egal, nehmen wir mit. Wir gucken jetzt nicht mehr auf den Pfennig. Noch haben wir ordentlich Geld. Das wird auch nicht ewig reichen. Wir haben ja schließlich auch noch ein paar Kategorien, die wir auch noch abfrühstücken möchten. So, was haben wir denn hier noch? 65.000. Ah, das ist schon heftig, ne? Das ist echt schon heftig. Also, alles brauchen wir hier auf gar keinen Fall. Den nehme ich noch mal mit. Den auch. Und ich meine, wir können ja auch später noch in der Fahrzeugfabrik, wenn wir sehen, oh, da fehlt uns noch ein Teil, was wir jetzt gerne hätten, was wir schon freigeschaltet haben, aber eben noch nicht gekauft. Das können wir dann immer noch nachholen. Das ist ja jetzt hier nicht in Stein gemeißelt, was wir hier tun, aber einfach um den Überblick über das Geld nicht zu verlieren, kaufe ich hier schon immer gerne irgendwie mehr oder weniger alles ein, damit ich dann so ungefähr weiß, was ich beim Bau der Rakete noch ausgeben kann. So, was haben wir hier? Brauchen wir nicht unbedingt. Das nehmen wir mit. Kaufen wir komplett. Und hier, ja, das sind schöne Sachen. Das sind Sachen, die mit müssen, jedenfalls teilweise. das oder ich kaufe alles. Ja, das musste jetzt sein. Das musste jetzt sein. War allerdings auch insgesamt gar nicht so teuer, wie ihr gesehen habt. Also da gibt es schon extreme Preisunterschiede und da sollte man einfach nicht sich irritieren lassen und sich auch ein bisschen Zeit nehmen, um zu gucken, wie viel Geld habe ich, was brauche ich dringend, was möchte ich vielleicht später, ist aber nicht ganz so wichtig. Da muss man dann schon mal ein bisschen rechnen auch, sonst steht man wirklich schneller als man will mit sozusagen heruntergelassenen Hosen da. Und wer will das schon? Ich meine, wir können das natürlich alle leisten von der Figur her jetzt, aber das muss ja nicht unbedingt so in der Öffentlichkeit sein. Okay. Also ich weiß dann nicht. Also ich erzähle heute wieder lustige Sachen. Ja, gut. Beim Shopping werde ich offensichtlich etwas unkonzentriert bei dem, was ich sage. Das macht mir aber überhaupt gar nichts aus. Ich übergehe das einfach und erwähne das jetzt auch nicht weiter und trampel da jetzt auch verbal nicht weiter drauf rum, sondern kümmere mich um die nächste Kategorie und ich glaube, die nehme ich hier mal. Was haben wir da denn drin? Nichts Überlebenswichtiges, nicht zwingend, also nicht alles. Ich denke, sowas hier könnte man eigentlich mal mitnehmen. Ist zwar nicht zwingend nötig, könnte man aber. Ja, und schon schwank ich wieder und könnte stundenlang um eine Sache kreisen. Also entscheiden sie sich jetzt. Wie viel habe ich noch? Ich habe noch 1,3. Ich muss aber auch noch eine ganze Rakete bauen. Die sind ja inzwischen bei der Größe auch nicht allzu billig, ne? Das ist auf jeden Fall was, was man auch noch bedenken sollte. Insofern werde ich mich hier gar nicht mehr so sehr austoben, glaube ich. Och, 28.000. Alter Schmetterling, das ist, das ist teuer alles. Heftig. So, die kleineren Sachen, die stecken wir mal ein. Es gibt auch so schnuckelige, kleine, ach ja, naja, man sieht, ich hätte schon wieder am liebsten alles, aber wir sind ja hier nicht bei Wünscht dir was. Hier muss man sich das auch ordentlich verdienen. Okay, ich würde sagen, das war es jetzt erstmal. Dann bin ich mal gespannt, wie es nächste Woche mit den Duna-Probes läuft und ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Bis dann und Tschüss! Duna-Probes Dina-Probes